Dann nehmen wir natürlich mal unseren Heimverein. Ja, dann nehme ich auch Leverkusen. Also vor allem auch, ne? Weil du auch Leverkusen hast. Eigentlich könnten wir mal Twitch starten. Was für Twitch? Streamen. Ach so, ja ich bin doch dumm. Jetzt will er wieder taktische Einstellungen machen. Ja ne, aber Müller war als Sechser drin so. Ja, Leverkusen spielt mir eh viel zu hoch. Das sagte er und steht hinten wie ein Pinken. Man muss dazu sagen, ich habe mir den aktuellen Bayern-Kader reingestellt. Hast du den eigentlich einfach nur da rüber transferiert oder hast du das irgendwo runtergeladen? Einfach bei Einstellungen. Ja, gut, dass ich das nicht gemacht habe, dann hätte ich Brandt nicht mehr. Schöner Pass. Boah, das wird gefährlich. Was? Holy Shit. Vielleicht noch zwei Schritte gehen. Warum kriegst du jetzt gelb? Keine Ahnung, weil der so schlecht geschossen hat vielleicht. Hahaha, das ist mal komplett dumm. Ich kann wieder diese Spielerauswahl nicht treffen oder was? Was? Nein. Nein, ich habe keinen. Bietet euch an. Unwiderstehlich, wer hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Was macht Brandt in der Linksverteidigung? Boah. Das war es jetzt komplett. Gute Aktion, gut geklärt. Mann, bin ich hin und offen. Da ist die Flanke. Ah, die Kopfwelle sind bei Leverkusen nicht wirklich ein gutes Mittel. Volland, naja. Lewandowski. Robert Lewandowski hat ja nicht nur einen starken Abschluss, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer, ne? Ja, macht ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler. Ist sich nicht zu schade, nicht zu egoistisch. Krieg keinen Zugriff. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei der ab der Rücke. Nein. Dumm. Rennen. Jetzt gibt's Einwurf. Und schon ist der Ball weg. Wahrscheinlich spiele ich das so schlecht. Boah. Wenn dead. Ah, ich dachte er startet. Ok, er startet. Nein, ich habe den Spieler aufgebrochen. Ah, deswegen habe ich den bekommen. Ich wollte Schatz sagen. Ja. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. So, Konterchance. Vielleicht yes. Und das ist der Ballverlust. Nein, ey. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Was? Verdammt, ein Foul. Da packt er den Trick aus, klasse. Mitchell Reiser. Ich komme nur zu Flanken. Da kommt die Flanke. Ok. Der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Und jetzt haben sie den Ball. Aranguiz. Wender. Jetzt werden Wender. Vorland. Ja, wie viel stehen denn da? Ja, wenn alle hinten sind, dann habe ich von. Keine mehr. Nein. Wow. Das bleibt überhaupt nicht klar. Oh Gott, ey. Spielst du mit den Innenverteidigern, oder was? Boah, wie du presst. Kann wieder mal unbedrängt schießen, alles klar. Fühlt sich keiner für zuständig. In dem Spiel. Was? Das war die erste Aktion von mir. Nach 33 Spielminuten. Das ist echt armselig. Ach komm, da kommt auch niemand mit. Nice. Was? Scheiße. Wow, also Brandt gefällt mir auf der Position überhaupt nicht. Weiß, bei mir geht gar nichts rein. Aber da ist ja überhaupt niemand den ich da hinpacken kann. Paulinho 70, wow, Koa zu defensiv, Benla zu defensiv, Adlario passt auch nicht. Mach mal weiter. Bei mir hat es gerade kurz auseinander geschmissen, Moment. So, dann schauen wir mal ob das System besser funktioniert. Stoß. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Aha, Goretzka kommt rein und Coman. Hast anfangs ohne Coman gespielt? Mhm. Loi. Perdicic. Dann würde ich einfach beide aufstellen. FIFA brauchst du einfach nur schnelles Spiel. Wieso mach ich denn schon wieder diesen Kacke hier? Diesen Kacke. Alles klar, Digga. Ja, wahrscheinlich ist das ein 2 gegen 1. Nee. Yes. Der Neuzugang. Das tut weh. Hatte eigentlich die Kontrolle, aber dann... Das ist halt komplett unverdient so. Das ist die erste Torschase. Ja. Aber man braucht halt die kratztes Loch in der Abwehr. Von der Position. Boah, nee. Ah, ich glaub das System ist besser. Ja. Und das ist natürlich jetzt der Ball wohl los. Ach komm, das ist doch du. Scheiße. Lol, wie viel Kraft hatte dieser Pass? Ich glaub ich spiel sogar 3-5-2. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ne, 3-5-2. Quatsch. Was spiel ich denn? 4-2-3-1, glaub ich. Ach man, geht doch gar nichts ey. Ja, jetzt ist er wieder frei durch oder was? Was? Ja, ich spiel 4-2-3-1. 2-6er. Mal sehen was hier in der zweiten Hälfte noch geht. Nein, 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 nein. Boah. Hau weg. Ach du Scheiße. Was, der verspringt ihm? Nein. Das ist so dumm. Na gut, abseits. Gleiche Höhe. Nein. Yes. Das ist ne gute Chancenverwertung. Zumindest waren meine Spiele auch meiner Meinung. Ah, ich weiß noch, ich kenn noch die Spiele, wo ich einfach zwanzigmal auf dein Tor schieß, aus fünf Metern und nicht einem Tor erziel. Aber das funzt richtig, das System. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Wahrscheinlich. Abschluss. Was? Was? Bist du eigentlich aktuell noch Liga 1 online? Jo. Ich bin da glaube ich in Liga 5 grad. Leu. Ach kommendes aus dem Nichts. 50% meiner Tore gegen mich sind halt Kopfballtore. Ist halt wirklich so. Meistens mit Ronaldo. Alter. Boah. Was macht der denn? Himmel, Arsch und Zwirn, hau die Kugel weg. Es ist gut, es ist gut, ja, ja, ja. Können Sie jetzt nen Angriff einleiten? Nein. Das war wieder so schlecht gespielt. Als ob der den Pass so schlecht spielt. Ja, ja. Hätte ich nen Kurzpass spielen sollen. Steilpass dauert immer so lange. Was? Nein, abseits scheinbar. Was? Du Havertz ausgewechselt? Jo. Warum des? Ausdauermäßig. Aus der Fazit. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Billy. Ach du Kacke. Was für eine unglaubliche Parade. Ja, war auf eine riesen Szene. Fantastischer Reflex. Den hab ich schon dringend gesehen. Weißer. Nur ein Vorland. Das macht er gut. Charles Alves. Außerdem hat Havertz eh nur 81. Da ist die Flanke. Was? Ich dachte er ist drin. Holy shit. Ich dachte er... Oh mein Gott. Ich dachte er geht ins Kurze rein. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht. Bei diesem Wegschluss. Super dazwischen. Ach du Kacke. Richtig am Schwimmen jetzt. Lol. Ich hasse diese Schlangen. Nein. Das ist Risikopool. Handspielstation. Jetzt einen Konto. Komm schon Alario. Nein. Doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Da passt er auf. Und vorlang. Nein. Nein. Vorland. Guter Aktion vom Kipa. Der Ball. Sehr aktiv. Sehr aufmerksam. Sehr beweglich. Absoluter Rückerl. So wie jetzt ist es. Leverkusen bekommt die Ecke. Lewandowski. Perisic. Nun Lewandowski. Perisic. Jetzt. Thiago Alcantara. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. So. Wir können uns hier decklich auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das Kabagol sagt. Toller Pass. Klasse gespielt. Nein. Komm. Scheiße. Einfach nur das Ergebnis irgendwie halten. Es geht halt einfach gar nichts mehr. Ach du Kacke. Diese Fehlpässe. Ach komm. 80% Fehlpassquote bestimmt. Ja. Auf jeden Fall. Wolf. Er konnte ja gar nicht mehr voll in die Zweikämpfe gehen. Ohne die Gelb-Roten zu testieren. Was. Und das gibt Ecke. Ach nö. Nimmt er wieder Zeit von der Uhr. Boah. Nicht nur das. Was. Hä? Wieso gibt es das hier Ecke? Die kann ja nicht abgefälscht sein. Und der Abschluss könnte die letzte Chance für ein Angriff sein. Den lupfte ja ich drüber ey. Jawoll. Es war so klar. Es war so klar dass wieder so ein Kopfballtor passiert. Ich hatte es einfach schon in meiner Vision. Diese dreckige Flanke. Und immer das gleiche. Boah. Letzte. Reguläre. 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 Sie ist eine Sohn. Aber. Es geht noch weiter. Es gibt Freistoß. Für den FC Bayern. Kurzgespielt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Letzte Chance. Ok. Neuer ist da. Was. Boah. Tschüss. Ja das wars. Es war ein sehr unspektakuläres, schlechtes Spiel von mir. Ich würde sagen wir machen noch ein drittes. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen wir machen noch 10 von mir aus. Wir tighten uns. Wir schauen uns das immer nach. Wir brauchen eine Gefahr.